hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde bei unserem app check dieses mal gibt es bridge constructor medieval oder mittelalter wie es auf deutsch heißt ist ein nettes spiel worum es wieder geht ist natürlich brücken bauen und ja ich bin schon sehr gespannt ob wir alle sterne und so weiter holen können aber jetzt erstmal es ist sommer im königreich siebenbrücken doch statt friede und freude herrscht angst und schrecken im land die barbarischen urks sind eingefallen sie haben dem ganzen reich geplünderte und eine spur der verwüstung hinterlassen nun haben sie sich in fünf jahr lage im nordosten zurückgezogen sehr wahrscheinlich bereiten sie sich auf einen neuen angriff vor für könig herald ist es zeit zu handeln so weiter des hofes sagen sie dem marschall er soll die truppen bereit machen zum abmarsch wir werden wir die urks vernichten auf diesem das geht nicht warum nicht unsere nachraubungsvorräte sind erschöpft die festung ist halb zerstört und wir haben nicht genug soldaten für kriegsgerät für einen angriff was sollen wir dann tun zunecht müssen wir die burg reparieren und wieder mit den nötigen güter wieder aufbauen um diese güter zur burg zu bringen ist auch mein gott ich habe es jetzt nicht mal seid gegrüßt ich ließ euch rufen damals die hofbaumeister wurde leider verletzt und wir brauchen diese zeit der not dringend eure hilfe ich habe es zu schnell durchklickt kommt mit der ersten runde bau eine brücke um getreide zur burg zu liefern gibt nicht mehr als 3500 gold aus okay das müssten wir eigentlich schaffen allerdings bekommen wir uns am anfang lasst uns ein paar einfache brücken bauen ich zeige euch wie es geht wie es aussieht müssen wir erst einmal aufräumen okay um brückenteile zu löschen tippe sie doppelt entfernen nun alle teile okay das machen wir einfach doppelt anklicken sehr gut fangen wir nun war ich habe zu schnell durchgeklickt das ist wenn man es nachspricht okay in den nächsten teilen werde ich direkt besprechen ja wir werden hier als erstes mal durch das tutorial genötigt das heißt wir werden es garantiert nicht schaffen hier in der ersten runde direkt gleich alle beide sterne zum holen sondern müssen das ganze noch mal machen das heißt ich habe jetzt hier noch einmal den großen holzbalken hin gebaut wie ihr seht den sollten wir jetzt dann gleich ein bisschen ersetzen durch kleinere damit wir das ganze einfach direkt schaffen gibt es einfache möglichkeiten das heißt wenn es gerade so ein kurzes stück ist können wir entweder darüber oder darunter halt eben sicher und schützen machen die das ganze halt eben noch mal ein bisschen absichern das heißt ich nehme jetzt hier wieder holz und sie einen direkt von der einen seite der andere von der anderen seite einer von oben und damit ist das ganze eigentlich schon schön abgesichert und sollte das ganze eigentlich hier auch halten weil halt eben holz doch eine schöne zug und druck fähigkeit halt eben habt aber schauen wir uns das ganze an das heißt hier kommen die kleinen männer es gibt keinerlei verfärbung man sieht anhand stützen immer sehr schön auch wie viel kraft drauf geht und ja mit den kleinen holzbalken geht es noch nicht mal in den roten bereich und damit haben wir auch schon die erste runde geschafft 3200 gold statt 3500 das reicht für die erste runde und wir können direkt dann gleich weitergehen zur zweiten runde ich danke euch vielmals fürs zuschauen morgen gibt es eine neue runde dann spreche ich direkt im video ein und macht keine nachbearbeitung das war ja so grausam ich danke euch vielmals fürs zuschauen und bis morgen zu einer neuen runde ciao Bis zum nächsten Mal.